Hallo, herzlich willkommen. Heute turnen wir mit dem Pilates Ring. Dafür bitte gehen wir wieder einmal im Rücken lange auf die Matte. Wir klemmen den Ring zwischen den Oberschenkeln ein, aktivieren unser Powerhouse und wenn wir hochgehen, drücken wir den Ring fest zusammen mit dem Ausatmen und wieder zurück zur Matte. Ausatmen, hoch, zusammendrücken, einatmen, zurück zur Matte. Wir machen einige Wiederholungen, das Powerhouse dabei nicht vergessen, immer vor dem Hochrollen anspannen. In diesem Fall präftigt jetzt das Zusammendrücken mit dem Ring, vor allem die Oberschenkelinnenseite. Das ist eine Muskulatur, die ich im Alltag so nicht unbedingt anspreche, höchstens sie sind breiter. Da brauche ich diese Muskulatur ganz oft. oft. Wir machen noch zwei. Kurze Pause. In der Pause wechseln wir den Ring in die Hände, atmen noch einmal tief in den Bauch ein und aus. Dann aktivieren wir wieder das Powerhouse, die Augen werden dann vorne ausgestreckt. Übung an sich bleibt gleich. Wir rollen auf, aber jetzt drücken wir und bringen wir den Hände fest zusammen. Ausatmen, hoch, zusammendrücken, einatmen Wirbel für Wirbel wieder auf die Matte zurück. Einatmen, wieder einatmen, wieder einatmen Wirbel wieder auf die Matte zurück. Zwei. 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 In der Kurze Pause. Und in der Pause weg zuvor. den extremären Rücken wieder zwischen die Oberschenkel. Damit sich in der Muskulatur etwas tut, müssen wir auf eine gewisse Anzahl an Wiederhungen kommen. Deshalb gleich nochmal die erste Übungsausführung. Hochkommen, dringend zusammendrücken, dabei ausatmen, einatmen und auf die Matte zurück. Wir bleiben schön seitlich, wir stützen wieder nur die Halswirbelsäule ab. Aber ziehen uns nicht mit den Händen nach oben, sondern der Bauchmuskel richtet den Oberkörper auf. Sehr schön. Wir machen noch zwei. Jetzt merkt man schon eine leichte Ermüdung in der geraden Bauchmuskulatur. Und jetzt außen. Wir wechseln wieder und bringen den Ring in die Hände. Hau aus, wieder aktivieren, Nabel zur Wirbelsäule ziehen, hochkommen, ausatmen, zusammendrücken. Und dann wieder zurückkommen. Nimm also den Ausatmen, Druck für unsere Arme. Bei den Ringen gibt es unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Größen. Wir bleiben im Sportvollhandel. Einfach mal nachfragen, was für Sie der perfekte Ringen ist. Zwei. Ein. Letztes Mal. Gut. Einen Durchgang machen wir noch. Das heißt, noch einmal. Inzwischen die Oberschenkel platzieren. Die Linie dürfen wir wieder den Nacken verschränken. Kurze Pause für die Nackenmuskulatur. Ausaktivieren. Ausatmen hoch. Zusammen pressen. Und wieder nach oben. Zwei. Und es kommt der Letzter Wechsel. bringt bitte wieder zwischen die Hände nehmen. Einmal schaffen wir es auch. Ausatmen, Aufroll, zusammendrücken und zurück zum Atem. Die letzten zwei. Gut, zum Entspannen, Arme und Beine lang nach der Matte ausstrecken, die rechte Körperseite nachziehen, die linke Körperseite nachziehen. Tief in den Bauch ein- und ausatmen, den Nacken noch einmal lockern, indem wir den Kopf um den rechten und der rechten zur linken Schulter langsam hin- und herbewegen. Gut, ich denke, dann sind wir noch bereit für die nächste Übung. Wir kommen wieder. Zurück zur Ausgangsposition, bringt wieder fixieren, Arme seitlich vom Körper auflegen, Powerhouse aktivieren und mit dem nächsten Ausatmen aufrollen. Wir gehen wieder fest zusammendrücken, jetzt bleiben wir oben und wir pumpen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Abrollen, einmal tief durchatmen, Spannung wieder aktivieren und wir kommen noch einmal hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Zurück zur Matte, zurück zur Matte, einmal tief durchatmen. Nabel zur Wirbelsäule um, ein letztes Mal hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Gut. Gotts. Untertitelung des ZDF, 2020